Liebe Kunstfreunde und Kunstfreundinnen, wenn ihr Kunst liebt und euch gerne mit anderen Kunstbegeisterten austauscht, dann aufgepasst! Wir von der Pop-Up-Galerie at Art Lounge in Iphoven haben tolle Neuigkeiten. Zunächst einmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die unsere zweite Ausstellung in der Pop-Up-Galerie at Art Lounge in Iphoven besucht haben. Es war eine wirklich wunderbare Zeit mit inspirierenden Gesprächen und wertvollen Begegnungen. Ein besonderer Dank geht natürlich an unsere großartigen Künstlerinnen und Künstler, die ihre fantastischen Werke präsentiert haben. Eure Kreativität hat diese Ausstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis für uns alle gemacht. Nun legen wir eine kurze Verschnaufpause ein, um uns auf unser nächstes Highlight vorzubereiten. Also, dick im Kalender anstreichen! Am 9. November um 16 Uhr starten wir unsere dritte Ausstellung, natürlich mit einer fabelhaften Vernissage. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung und eure Liebe zur Kunst. Bleibt dran und bis bald in der Pop-Up-Galerie at Art Lounge in Iphoven.